Mein Freund und ich sind beide arbeitslos. Und wir haben ein kleines Kind zu Hause. Ja. Trotzdem sollte ich einen Personalausweis haben von Ihnen. Können Sie nicht einmal noch ein Auge zudrücken? Ich verspreche Ihnen, es ist das erste Mal passiert, ich habe es noch nie gemacht vorher. Und es wird sicher nie mehr passieren, es ist das letzte Mal gewesen. Wenn Sie sich nicht ausweisen, dann muss ich Sie leise verzeigen. 0,55, das kotzt mich an, das kotzt mich derartig an. Komm, habt Ihr einen Führerschein, dann lasst Ihr Euch volllaufen und setzt Euch ans Steuer. Erst gestern hat einer von eurer Sorte auf die Art und Weise seine Freundin ihm gebracht. Die saß daneben, als er mit 100 Sachen am Baum ist. Ich habe ihn nicht gesehen. Ach, sie hatte nur ein Bier. Ja und sie hat nichts gegessen. Ja. Und gestorben ist der arme Fußgänger vermutlich ein Altersschwecher, was? Das war's. Das war's. Untertitelung des ZDF, 2020